Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion. Ich hoffe es wird bald eine Gelegenheit geben, dass ich mich irgendwie aufheilen kann. Weil mit Energie sieht es ein bisschen mau aus gerade. Ähm, den hatte ich doch jetzt. Hm, ich will ein Herz. Super. Komm her du. Deine Bananenschein helfen dir auch nicht mehr. Oh nein. So, den habe ich jetzt. Und ein Herz. Oh, na gut. Zum Glück habe ich nur Münzen, wenn ich auf der Bananenschein ausrutsche. Ich glaube die Geister sind irgendwie wieder neu gekommen. Komm her du. Deine Bananenschein helfen dir auch nicht mehr. Na, oder vielleicht doch. Ui, das ist nicht aber schnell. Noch mehr als. Los. Luigi saug. Oh, Mann, oh. Blöde Bananenschein alle. Los. Und auch der ist eingesaugt. Oh, ein Herz. Das können wir gerade sehr gut gebrauchen. Oh, die sind so klein, die gehen ja... Ui. Schon fertig. Ach, der oberste Schlüssel. Nee. Ah, dafür ist er gut. Aber ich denke wir können uns erst nochmal hier ein bisschen rum gucken. Also hier durch die Tür gehen. Noch ein Toad. Mario bist du? Was Luigi? Oh ja, so nur hast du mich gewonnen. Da fühle ich mich gleich viel wohler. Bitte, bitte, bitte muss Marge retten. Ich habe schon über Nacht gesehen. Ich kann mich einfach nicht finden. Ich mag ja nur stecken. Oh, yeah. Ähm. Kannst du mich irgendwie heilen oder so? Irgendwas für mich tun kann. Ach, nur speichern. Super. Das lohnt sich jetzt auch. Aber naja, okay. Moment. Na toll. Jetzt hier gibt es ja gar nicht mehr zu erkunden. Luigi pfeift wieder sein Liedchen. Mario! Vielleicht auch ganz witzig, dass man die ganzen Wände abklopfen kann. Dann gehen wir mal jetzt hier lang. Duuut. Na, 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 na. Dass alle diese Melodie hier kennen. Hm? Duuichi. Moment mal, Duuichi. Ich bin Professor Uigit. Ich hatte Messwerte von Geistern, die alles bisher übersteigen. Ich vermute, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie gekommen sind. Du musst wissen, dass sie sich wesentlich von all den anderen Geistern unterscheiden, die dir bisher untergekommen sind. Wir zeigen ihr Herz nicht einfach so. Ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du zuerst den X-Knopf drücken, um dessen Herz auf Anhaltspunkte hin zu untersuchen. Manchmal fährst du so, wie du sie am besten wachst. Achso, Ichi, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Okay, bin ich mal gespannt, inwiefern die jetzt schwerer sind. Oh, eine Geldspur. Da kann doch nichts schief sein. Oh, die kann man auch einsaugen, ist ja witzig. Mein Geld. Nein, runter. Die Nerven vielleicht. Ich würde mal sagen, wir arbeiten uns einfach langsam durch und gehen hier in die erste Tür. Also wir. Krüfen. Oh, weiter so. Versuche nur, mich zu finden. Ich kann nicht sehen, aber du mich nicht. Oh. 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 Jetzt geh doch weg. Okay, was soll ich da jetzt machen? Soll ich die Bücher einsaugen? Oh, meine Energie ist ja schon ganz schön down Ähm Okay Komisch Einfach mal ein bisschen saugen Kann nie schaden Mario Soll ich vielleicht ein Gesicht scannen? Okay, gehen wir mal in ein anderes Zimmer Das hier geht wohl vor Wahrscheinlich noch nicht Naja, eine Feldtür Also mit dem Leben Fieht es langsam mau aus Steuerung gefällt mir auch nicht richtig Ich hatte die Standortsteuerung So Okay Diese Tür war fake Also gehen wir mal hier hin Oh, abgeschlossen Auch schon wieder fake Ich bin fast tot Und wie es aussieht Wie es aussieht werden wir schon bald den ersten Game Over erleben Komisch Wie soll denn das hier gehen? Gute Nacht Gute Nacht Ja, war gespeichert Okay Ich habe nur 48 Hier Ah Ah Ja, das hatten wir doch gerade schon Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Wissen wir doch schon alles längst Gut Oh, Weltspur Geld, 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 Geld. Oh, auch nochmal die zwei Mose eingesaugt. Okay. Hm. Probieren wir es hier nochmal. Am besten erstmal das Buch. Hey. Du hast die Gits Geisterfibel gefunden. Möchtest du sie lesen? Ja. Geneigte Leser, sicherlich halten sie sich schon mal im Problem mit Geistern, die sich wahrlich nicht ohne weiteres erschrecken lassen, richtig? Sie verfügen über enormen Einfallsreichtum, wenn es darum geht, sich vor Lichteinfall zu schützen. Was also, verehrte Leser, schafft, wenn man von eben jenen sturen Astralgestalter aufs Heftigste bedrängt wird, geht ihnen ein Lichtlein auf? Nun, zunächst einmal sucht man nach einem Hintertürchen. Eine Möglichkeit, sich in einem unerwarteten Moment zu erwischen und aus dem Konzept zu bringen. Es zeigt ein Gespenster, ein Herz, da ist erst der richtige Zeitpunkt gekommen, um den kleinen Racker nicht festzumachen. Für diese Weise, woher du jetzt nicht von Geister fahren konntest. Steuerung sahen bis hin, da. Gut. Es gibt spirituelle Wesen, die als elementare Geister bekannt sind. Sie kommen in den elementaren Feuer, Wasser und Eis vor, die den größten Teil unserer Welt bilden. Um dieser Element herzuwerben, muss man im Besitz einer Elementmünze sein. Es ist im Bereich des Möglichen, dass elementare Geister nur mit dem Träger einer solchen Münze sichtbar werden. Das ist wirklich ein Buch mit dem Titel Käsehafte Anziehungskraft. Der Dunkelheit, muss ich jetzt fürs Lesen, ja. Der Dunkelheit hüpft auf Geistermäuse an, einfach gleich von einem Rückenhaus wie Käse auf echte Mäuse. In der Dunkelheit strahlen sie eine goldene Auge, wartet zufriedenheit aus. Ich muss versuchen, noch mehr in der Feuerwehr, der Wobbendamm, um möglichst nach einem Hahn zu kommen. Gerhard Gauder. Wie soll man den denn überraschen? Nicht wirklich. Mario! Vielleicht was mit dem Feuer. Nicht wirklich. Gut. Also ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Nein, das wollen wir nicht lesen. Das haben wir gerade gelesen. Ich könnte mal sagen, ich versuche das noch irgendwie herauszufinden. Wie man hier diesen Geist holt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Also hoffentlich bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, lord. Oh, lord. Oh, lord. Willibook.